hallo und willkommen meine freunde zu einem weiteren teil darftale euro fishing das ist immer eine ungewöhnung ich habe früher immer gesagt darftale fishing games und jetzt heißt es ja darftale euro fishing oder darftale games euro fishing das weiß man selber noch nicht so genau wir befinden uns hier am st jones lake in england und gehen hier auf karpfen und ich hoffe dass wir hier einen karpfen rausbekommen gerade habt ihr ja gesehen sind noch zwei leute ins multiplayer match zugejoint einfach mal nur um vielleicht irgendwas zu fangen dazu sehen mal schauen ob wir die überhaupt sehen die leute wo die sind wo haben die sich hingebeamt der see scheint allerdings so groß zu sein warum piekt die 1 keine ahnung also der see der ist auch so groß da sieht man nicht wirklich glaube ich die anderen ich weiß gar nicht ob wir ganz um den see herumgegangen sind oder jemals um den see herumgegangen sind ich glaube in der bette auch nicht wir sind glaube ich mal hier die ganze strecke hochgegangen rechts bis oben zur ecke aber das war so groß und so weit deswegen haben wir gesagt sind wir gar nicht rumgegangen also hier läuft keiner vorbei von den jungs die sind bestimmt oben auf der kopfseite also in dieser richtung da kommt der nächste kommt der frettchen da müssen wir jetzt mal ein bisschen tun ein bisschen die angeln noch mal neu rauswerfen da läuft das frettchen so ich würde gerne rausschmeißen so die sollen wir da mal liegen lassen die 2 würde ich eigentlich auch gerne liegen lassen aber die 3 gefällt mir nicht die 3 hätte ich gerne ein bisschen weiter nach rechts gehabt was frettchen kommt man dann hat direkt ein wie geht das denn zumindest springen sie doch schon mal einen 10 kg karpfen hat er herausgeholt der gute ja aber den kann man so eigentlich überholen sofern man wo ich habe gerade gedacht hier hat mal eine kameraeinstellung da irgendwo wo ist die 1 hin wo ist die 1 hin aber da ist er also 10 kg karpfen ist jetzt auch nicht so die welt und das gefällt mir ja in diesem spiel aus ordentlich gut also diesen multiplayer aspekt und dann dass man sieht wo der eine hinrutscht und der andere also das ist richtig richtig gut gemacht die anderen werden auf der kopfseite sitzen mit sicherheit wir haben auch nur unseren kleinen koffer mit aber hauptsache ein zelt hier und wir stehen hier mit unterhemdchen oder beziehungsweise mit t-shirt morgens um 7 uhr ja je nachdem wie warm es ist kann ja auch sein dass dort richtig warm wird denn die sonne ist aufgegangen und wir haben klaren klaren himmel tja da ist bei uns allen so dass sich da nichts tut so man braucht nur schimpfen der hat gerade gesagt bei mir tut sich nichts mal sehen ob sich bei uns was tut war mal interessant zu wissen was die anderen so drauf haben ne er schreibt jetzt also er ist mit einem 6er haken unterwegs und dann 18er beulie drauf sehr schön dass wir jetzt auch noch mal einen mitbekommen ich hatte schon gedacht die holen uns hier alles raus aus dem see gucken der scheint glaube ich etwas größer zu sein ich bin mir da nicht ganz sicher ah der ist größer auf jeden fall also da werden die sich mit ihren 21 die werden wir glaube ich jetzt direkt toppen da das ist ein größerer meine freunde deswegen wir lassen uns zeit mit dem drill lassen den schön immer laufen dass der müde ist und dann werden wir den raus holen die könnten den jetzt mal nehmen dass der immer wieder weg geht also das ist ein größerer das ist jetzt nicht mehr so ein kleines gemüse aber ich werde jetzt mal ein bisschen rein drehen den das ist immer schwierig zu sagen was man da nimmt 24 und der geht immer noch dann dass der nicht müde wird ne also da ist kein kleiner meine freunde wenn wir den rauskriegen sind wir direkt auf dem ersten platz aber ich glaube auch nicht dafür ich glaube dass er ein welt das wird ein welt sein ihr seht wie der immer wieder fahrt gewinnt also wir werden hier einen richtigen drill haben so jetzt wird er müde von wegen hätten wir jetzt natürlich jetzt die bremse angezogen dann wäre uns der ganze mist gerissen also es ist ein ganz schöner drill wir bekommen den nicht raus ist ich glaube das ist ein welt ein flussmonster was anderes kann es nicht sein ich habe keine ahnung mal schauen wie lange wir brauchen bis wir den raus gezogen haben machen wir jetzt diese folge etwas länger das kleine monster hier und ihr seht es meine freunde der ist richtig am kämpfen aber wenn ich jetzt selbst einen höher drehen würde dann würde der mir früher oder später reißen und das will ich nicht sowieso hole ich ihn nämlich wieder rein und dann geht der wieder von daher da kann man auch mal warten und wirklich den fisch ermühen lassen ihr seht den drill wie lange es letztendlich dauert aber irgendwann wird doch der größte fisch aufgehen wenn er ausgepowert ist das ist immer langsam ja ich schreibe schon ich höre schon eine ganze weile am kämpfen sind ich werde mir den jetzt holen jetzt ist er mit dem schmühle mal gucken ob wir den jetzt kriegen da haben wir ihn schon ein kleiner kleiner heftiger 34 kilo meine freunde so schnell geht es also ich würde sagen das ist doch ein screenshot wert also das war jetzt ein heftiger baller man meine freunde guckt euch diesen welz an was soll man dazu sagen prima prima ja bin ich richtig stolz drauf ich bin doch ein bisschen überrascht jetzt dieser kleiner baller man aber ich würde sagen meine freunde bevor ich jetzt hier ins wasser falle und den nicht mehr halten kann bei 34 kilo sehen wir uns in der nächsten folge wieder denn diese folge ist jetzt zu ende bis dahin vielen dank fürs zusehen schicks ciao und bau 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 b Bis zum nächsten Mal.